Remax Immobilien aus Buchholz in der Nordheide. Exzellent aus Leidenschaft. Seit fast 30 Jahren ist unser Team im Nordheideraum als Immobilienmakler tätig. Wir alle vermitteln den Verkauf oder die Vermietung von Häusern, Wohnungen und Grundstücken. Thies Hauschild neben Verkauf und Vermietung erfahrener Projektplaner. Gabriele Schof seit 30 Jahren erfolgreich im Immobiliengeschäft Schwerpunkt Vermietung. Seit 2011 ergänzt Arndt Böhmelburg das Team mit seiner Erfahrung auf dem Gewerbesektor. Christine Simon arbeitet seit 2012 erfolgreich im Unternehmen. Remax Immobilien Schreiber, guten Tag. Als Immobilienbesitzer finden Sie mit uns Solventekäufer oder Mieter. Zu Beginn vereinbaren wir mit Ihnen einen Termin direkt in Ihre Immobilie. Bei diesem Besuch nehmen wir alle relevanten Daten Ihrer Immobilie auf, sichten den Zustand und die Lage und nehmen einen ersten Einblick in die Unterlagen. Unsere langjährige Erfahrung sowie die Kenntnis über den regionalen Immobilienmarkt garantieren Ihnen eine optimale Bewertung. Eine Immobilie muss gefallen, Emotionen müssen geweckt werden, deshalb erarbeiten wir für jedes Objekt ein aussagefähiges Exposé mit professionellen Texten und Bildern. Außerdem produzieren wir Videos, die Ihr Objekt noch detaillierter darstellen. Remax aus Buchholz präsentiert Luxuriöses Wohnen in der Nordheide Eine Wohnanlage im schönen Heideort Holmseppensen Ausgesuchte Objekte für Ihre gezielte Investition. Wir bieten Renditeimmobilien in Top-Lagen mit ausnehmend ökonomischen Optionen. Verlassen Sie sich auf unsere Kompetenz und sichern Sie Ihr Kapital. Natürlich finden Sie bei uns auch die passende Gewerbeimmobilie, ob Laden oder Büro. Immobilienkauf ist Vertrauenssache. Wir finden für Sie Ihr Haus individuell auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten. Wir sondieren im Vorfeld, welche Immobilie für Sie in Frage kommt und vermeiden unnötige Besichtigungstermine. Wir unterstützen Sie bei der Finanzierung, stellen die zum Kauf nötigen Unterlagen zusammen und bereiten den Kaufvertrag mit Terminvereinbarung beim Notar vor. Natürlich übernehmen wir auch alle anderen nötigen Verwaltungsaufgaben oder sind Ihnen bei der Suche nach Schule oder Kindergarten behilflich. Am Ende steht Ihre Zufriedenheit. Remax – Ihr Partner, wenn es um Immobilien geht.